Dieser neue Land Rover Rhinch Rover Sport ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze SUV ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der SUV verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, Panoramadach, ESP, elektrische Sitze, und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine satte Leistung von 306 PS und wird über ein 8-Gang-Automatikgetriebe gesteuert. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen.